Angekündigt mit einem etwas größeren Interesse erwartet Sarah Wagenknecht aus der Linksfraktion. Und das größere Interesse bezog sich auf die eigenen Reihen vor allem, ihre eigenen Reihen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In Deutschland bahnt sich eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe an. Millionen Menschen haben Angst vor der Zukunft, vor explodierenden Lebenshaltungskosten, vor Horrorabrechnungen und immer mehr auch um ihren Arbeitsplatz. Und auch wenn es sich noch nicht bis ins Wirtschaftsministerium herumgesprochen hat, in Schlüsselindustrien werden Betriebe reihenweise schließen, schreibt das Handelsblatt. Denn, Herr Habeck, in der Wirtschaft ist das leider nicht so wie in der Politik. Ein Minister, der nichts mehr liefert, muss leider tatsächlich keine Insolvenz anmelden. Sie sind das beste Beispiel dafür. Aber ein Unternehmen, das wegen der hohen Preise nichts mehr verkaufen kann, das verschwindet vom Markt. Und das heißt eben schlicht im Klartext, wenn wir die Energiepreisexplosion nicht stoppen, dann wird die deutsche Industrie mit ihrem starken Mittelstand bald nur noch eine Erinnerung an die guten alten Zeiten sein. Und die hohen Energiepreise, viel höher als in vielen anderen europäischen Ländern, die sind doch nicht vom Himmel gefallen. Die sind doch das Ergebnis von Politik. Sie sind zum einen das Ergebnis ihrer völligen Rückgratlosigkeit gegenüber den Absahnern und Krisenprofiteuren. Die Mineralölkonzerne werden in diesem Jahr in Deutschland 38 Milliarden Euro mehr Gewinne machen als im Schnitt der letzten Jahre. Die Stromerzeuger sogar 50 Milliarden Euro. Geld, das den Bürgerinnen und Bürgern jeden Tag aus der Tasche gezogen wird. Andere Länder haben dieses Marktversagen längst mit Preisdeckeln oder wenigstens mit Übergewinnsteuern darauf reagiert. Frankreich hat den Anstieg des Strompreises auf 4 Prozent begrenzt. Da sind sie nicht erst nach Brüssel gefahren und haben lange Verhandlungen geführt. Ein Liter Sprit kostet rund 40 Cent in Frankreich weniger als bei uns. Und der Beitrag des hochkompetenten deutschen Wirtschaftsministers zur Energiekrise? Er lässt sich von den Energielobbyisten ein Gesetz zu einer Gasumlage schreiben, das die Bürgerinnen und Bürger, die Familien und Unternehmen, die sowieso schon leiden, zusätzlich zur Kasse bitten wird. Also da muss man wirklich sagen, auf so einen Einfall muss man erst mal kommen. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Aber nicht nur, weil Sie zu feige sind, sich mit den Krisengewinnern anzulegen. Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie. Und wo haben Sie denn Ersatz aufgetan, Herr Habeck? Bei amerikanischen Fracking-Gasanbietern, die aktuell 200 Millionen Euro Gewinn mit jedem einzelnen Tanker machen. Klar, so kann man die Gassprecher auch füllen. Aber den Ruin von Familien und Mittelständlern, die diese Mondpreise am Ende bezahlen müssen, den werden Sie damit nicht aufhalten. Und es fängt doch schon an. Ich meine, dass der Gaspreis, dass der Gasverbrauch der Industrie um fast ein Fünftel eingebrochen ist, das liegt doch nicht an plötzlichen Effizienzgewinnen. Das liegt doch daran, dass die Produktion schon jetzt dramatisch zurückgeht. Und bevorzugtes Ziel von Produktionsverlagerungen ist übrigens neuerdings wieder die USA, weil der Gaspreis in Deutschland inzwischen achtmal so hoch ist wie in Übersee. Make America Great Again! Tolle Strategie für eine deutsche Regierung. Der Hauptgeschäftsführer des DHK geht davon aus, dass Deutschland bei Fortsetzung der jetzigen Strategie in wenigen Jahren 20 bis 30 Prozent ärmer sein wird. Ja, ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir ein Industrieland bleiben wollen, dann brauchen wir russische Rohstoffe und leider auf absehbare Zeit auch noch russische Energie. Und deshalb Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen. Dann verhandeln wir in Russland mit Russland über eine Wiederaufnahme der Gaslieferung. Wir sind nicht unabhängig. Die machen sich doch uns und uns etwas vor. Und lieber Herr Habeck, es mag ja sein, dass Ihnen auch egal ist, was Ihre deutschen Wähler denken. Aber Sie haben nicht das Recht, Millionen Menschen, die Sie mehrheitlich nicht gewählt haben, Ihren bescheidenen Wohlstand und Ihre Zukunft zu zerstören. Und deshalb treten Sie zurück, Herr Habeck. Denn Ihre Laufzeitverlängerung, die führt mit Sicherheit zum Super-GAU der deutschen Wirtschaft. Mit einer Rücktrittsforderung an Bundeswirtschaftsminister Habeck endet die Rede von Sarah Wagenknecht aus der Linksfraktion, die sich Deutschlandführer in Wirtschaftskrieg gegen, Zitat, unseren wichtigsten Energielieferanten. Diese Perspektive hat sie hier im Plenum einigermaßen exklusiv. Herr Habeck, Felix Banaschak aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ob Sie die oberste Kreml-Lobbyistin Sarah Wagenknecht in dieser Rede reden lassen wollen. Ich sage mal in aller Verbundenheit, das war eine dumme Idee. Eine richtig, richtig schlechte Idee. Herr Spahn, Sie haben gerade sechs Monate mit 16 Jahren verglichen. Und ich übersetze das mal in die gleiche Einheit. 192 Monate hat die unionsgeführte Regierung alles dafür getan, den Ausbau der Erneuerbaren zu verschleppen, den Ausbau der Stromnetze zu verschleppen, insbesondere bei Ihnen in Bayern, Herr Dobrindt. 192 verlorene Monate, und das bis heute. Fünf Minuten hatten Sie zur Verfügung. Kein Wort zum Ausbau der Erneuerbaren. Kein Wort zum Ausbau der Stromnetze für die Versorgungssicherung. Das ist Ihre Politik. Und Nordrhein-Westfalen in den Koalitionsverhandlungen haben wir stundenlang diskutiert, weil Sie jedes Windkraftwerk verhindern wollten, weil Sie jedes Solarpanel verhindern wollten, mit Rücksicht auf die Wahlkreise. Ich habe folgende These, meine Damen und Herren. Wenn in dieser Debatte nur noch Menschen reden zum Thema Atom, die bereit sind, in ihrem Wahlkreis ergebnisoffen nach einem nuklearen Endlager zu suchen, ist diese Debatte in fünf Minuten zu Ende. Okay, bitte.